Ja, meine lieben Happy People, da sind wir wieder hier bei Umihara Kawase. Endlich geht es hier auch weiter. Schwupps. Ups, bin ja mal gespannt, ob ich jetzt vielleicht ein bisschen besser zurande komme. Okay, er lässt jetzt noch nichts fallen. Das heißt, wir haben hier ein wenig Zeit, uns mal ein bisschen gammeln zu lassen. Okay, da kommt er wieder. Das ist auf jeden Fall schon mal die richtige Taktik. Also, funktionieren würde das. So, und jetzt kackt er, glaube ich, seine komischen Eier daraus. Gut, das erste ist ja alles noch kein Problem. Ich muss es irgendwie schaffen, diese Kröten wegzukriegen, bevor sie mich ins Wasser stompen. Äh, nicht sterben jetzt, bitte. Ähm, okay. Okay, zwei sind auch noch kein Problem. Aber ich glaube, irgendwann kackt er so vier oder fünf raus und das wird übel. So, wir lassen uns mal ein bisschen mehr hängen. Damit ich da... Halt! Wir machen genau jetzt hier einen Save-State. So, wo habe ich es? Ja! State 1 saved, alles klar. Das ist in Ordnung soweit. Nein, 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 nein. Höh, jetzt aber schnell! Jetzt aber... Waaah! Waaah! Ahaha! Und saven, alles klar. Da sind wir. Ja, ist okay, ist okay. Okay, okay. Nein! Okay, okay, wir können laden. Ist alles okay. Ist alles okay. Alles noch im Bereich des Möglichen. Nein, nein, nein. Nö! Ach, Mann, ey! Leckt mich doch! Ernsthaft! Voll! Aber so richtig. So, und jetzt kommt her, ihr Frösche. Ja, komm. Okay, 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 damit kann ich leben. Damit nicht! Ah! Oh! Ja! Ah, ja, mit der Taste kann ich das auch machen. Okay. Okay, das ist vielleicht gar keine so schlechte Taktik. Nein, jetzt kommt der blöde Frosch da oben. Nein! Nein! Dankeschön. Du kannst ruhig da unten ein bisschen rumschwimmen. Oh, 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 oh! Jetzt bin ich drauf gewartet. Jetzt bin ich auf einmal so awesome. Geil. So, Field 14 auf einmal. Äh, are you fucking killing me? Oh, ja. Es wird nicht besser. Ei! 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 Hö, hö, hö! Okay. Jetzt. Jetzt, da das ja auch geklärt wäre. Können wir ja warten, bis die weg sind. Oh, dann! Hö! Oh, ich lebe noch. Ja, das hat gerade so viel Sinn wie... Ha, ha, ha. Ach, ja, okay, okay. Nein! Nein, 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 nein. Oh, ja, dankeschön, ernsthaft. Da kommt man da drüber. Schafft ein bisschen was. Und dann wird man gleich wieder genutzt. Ah, da kommen die also her. Ha. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich ja, wo ich hin muss. Ah, nicht schon wieder! Es ist doch zum Heulen! Oh, und dann springt da nicht. Dann springt sie nicht. Dann springt das kleine Mädchen einfach nicht. Oh, und dann hält sie sich nicht fest. Oh, ich hasse dieses Spiel! Ja, ist okay. Ernsthaft. Oh, Gott. Rini, das war nicht gerade deine beste Idee, muss man sagen. Oh, ja, dankeschön. Ah, ha, 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 ha. Ehe, he. Naja, doch. Eigentlich ist es ja schon irgendwie lustig. Irgendwo. Nein, 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 nein. Okay, da in der Ecke bleibe ich gerne stehen. So, jetzt habe ich das Ding auf jeden Fall weggehauen. Das müsste doch... Nein! Nein! Das ist ja wohl nicht wahr. Das kann doch nicht... Das ist doch zum Mäuse melken. I have saved myself. I have saved my soul. And so on. Oh! Ja, okay. Okay, 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 okay. So. Klip. Hi. Okay. Höh! Höh! Ja! Alles klar. Die Vögel können mich nicht töten. Das ist gut. Die kleinen Vögelchen, die da rum waren. Aber jetzt machen wir das schön mit Safe Staten, ey. Oh Gott! Oh Gott! Höh! Was das jetzt einfach nur gerade für eine Lucky-Fügung war. Das ist ja nicht mehr normal. Höh! 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 Seid ihr bescheuert? Ihr verrückten Japaner. Ernsthaft. Höh! 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 Hi! Okay. Ja! Dankeschön! Fick dich auch! Tschüss! Oh mein Gott! Ich habe es geschafft! Yippie-ha! Yay! Field 15. Alles klar. Aber irgendwie aus Field 8 nach Field 14. Äh... Höh! Äh! Und am Holte-dö! Ha! Äh! Öh! Ich kapiere gerade gar nicht, was hier abgeht, vor allen Dingen. Äh... Das ist ja ein ganz neuer Aspekt. Jetzt... Ach... Ach ja. Ach ja. Ja. Okay. Das ist ein ganz neuer Aspekt. Der bringt mich irgendwie so ein bisschen in Bedrängnis. Weil die Steuerung von diesem Spiel hier ist nicht gerade die beste. Okay. 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 Ja. Äh... Äh... Ähm... Was tue ich denn jetzt? Ja, sterben halt. Okay, aber das war schon mal ein guter Ansatz. Okay, Fischi, Fischi, Fisch. Fischi, 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 Fisch. Fisch! Es gibt Fisch zum Abendessen. Okay, jetzt habe ich meinen Einsatz verpasst. Äh, irgendwie will es nicht so, wie ich das will. Oh, es ist... Nee, es will nicht so, wie ich. Nee, äh, wie soll ich denn da hoch... Ach, ich bin ja auch ein bisschen trottelig, ne? Hehehe, ja, naja. Okay. Tja, das war's mit dir. Äh, so. Und dann... Hey, da drüben ist eine Tür. Wenn wir da jetzt hinkommen... Nein! Oh Gott, ich dachte, ich hätte nicht zwischengespeichert. Okay, da drüben ist eine Tür. Äh. Aber hier ist auch eine Tür und da gehen wir jetzt durch. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich langen muss. Insofern, who cares? Not me. Me neither. Okay, da sind Stacheln. Da ist der Tod. Äh. Äh. Ah, ah, ah. Wie episch war das denn? Ja, 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 ja. Haha. Mitten ins Gesicht. Okay. Äh, ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier so rüber. So, wirst du ja beschaffen. Oh. Juck. Schnick, schnack, kaputzki. Äh. So. Ins Gesicht. So. Äh. Abspeichern. So. Ähm. Ja. Ähm. Haha, das war natürlich jetzt episch. Okay, ähm, wie soll ich... Ah, ja. Okay, er verschwindet. Höh. Äh. 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 Nein, da kann ich nicht. Ich kann da nicht hochklettern. Oh Gott, nein. Okay, das war aber irgendwie, äh, schon gar nicht so schlecht gedacht, ne? Äh, ja. Doof. Äh, da ist er ja schon wieder. Äh, da verschwindet er wieder. Äh. Jawollski. Okay. Äh. Und schwupp. Und hoch. Und rüber. Und durch. Ey, Karamba. Oh yeah. Okay, wir kommen also doch noch weiter. Wir kommen also doch noch weiter. Oh, Dummheit. Dummheit strikes again. Scumbag brain. Ernsthaft. Stirb. Ich fresse Fisch. Und zwar für mein Leben. Hallo? Hallo? Muss ich mich jetzt hier langhangeln? Ist das Part des Tests? Äh. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse es. Also das Spiel jetzt in Partikel ja jetzt nicht unbedingt, ne? Aber, äh, ich hasse es, wenn Sachen einfach nicht klappen wollen. Das heißt, ja. Stopp. Ist ja gut. Chill. Chill doch mal ein bisschen. Hallo? So, jetzt komm mal wieder zur Ruhe hier. Ähm. Ähm. Ja. Okay. Oh, warum tust du nicht das, was ich will? Why you fail me so fucking hard? Bitteschön. Dankeschön. Da hoch. Fisch fressen. Weil, om nom nom. Ähm. Äh. Oh. Einmal, nur einmal, nur einmal, kannst du doch einfach mal, fick dich. Ganz einfach. Because fuck you, that's why. So, bitteschön. Äh. Äh. Und wie soll... Das jetzt bitte funktionieren? Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Äh. 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 Wie auch immer ich da jetzt hochkommen soll. Wenn ich mich da lang ziehe, tot. Ähm. Okay. Hö. Na, fast. Das klappt aber, denke ich so. Hö. 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 Wie soll ich denn da durchkommen? Äh. So schon mal nicht. Äh. Ich hab ne Idee, irgendwie. Ja, ist okay. Ähm. Musste ich denn überhaupt da lang, wo ich jetzt lang gegangen bin? Weil, äh. Kann ja sein, dass doof. Weil... Weil ist halt einfach so. Nein! Idiot! Oh Mann. Ey. Ernsthaft. Langsam krieg ich hier echt einen Affen. Ja, einen Affen. Okay. Abspeichern. Ähm. Kann ich mich vielleicht da irgendwie hochhangeln? Naja. Erfolgschance gleich. Weniger als null. Ähm. Okay. Okay. Ähm. Nee. Nee. Das klappt nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm. Rein theoretisch würde das klappen. Wenn ich nicht so schlecht dafür wäre. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich da oben halt weiterkommen soll. Ähm. Lasst mich kurz überlegen. Lasst mich kurz überlegen. Okay. Okay. Von da aus kommen wir auf jeden Fall an das Ding. Aber sobald wir uns da... Äh. Äh. Komm her. Von da aus komme ich auf jeden Fall da dran. Ähm. Höp. Ach. Ja, ist okay. Ah. Okay. Rumdrehen und tot. Okay. Okay. Und ranziehen. Und. Omnomnom machen. Und. Da lang. Und jetzt werden wir halt ganz einfach, äh. Ah. Pussyhaft hier lang gehen. Shit. Hätte ja mal klappen können. Weil, äh. Einfach so, ne. Ich könnte auch irgendwie bestimmt da hoch. Aber. Warum denn, äh. Das schwierige Wagen. Wenn das leichte doch... Oh. Nee. Ich werde wahnsinnig. Ich werde wahnsinnig. Ich werde einfach nur wahnsinnig. Hoch da. Und dann so. Und. Oh mein Gott. Ähm. Okay. Und hopp. Und. Hopp oder topp. Äh. Oh. Äh. Ja. Komm. Hier. Und. Nein. Sauficken Dings. Warum mache ich es mir denn auch immer so schwer? Stirb. Omnomnom. Punkte. Und. Sprung. Und. Festhalten. Und. Hochziehen. Dankeschön. Und. Dadurch. Äh. Whatever. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Auf einmal bin ich in 420. Was? Was zur Hölle? Und da oben ist die nächste Tür. Und da komme ich doch ganz einfach hin. Habe ich so das Gefühl. Oder auch nicht. Äh. Ne. Na gut. I will give myself geschlagen. Ah. Ah. I will give myself nicht geschlagen. Noch nicht. Hö. Äh. Okay. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier lang muss. Und das ist übel. Ich komme doch da nicht dran. Ach. Laden wir einfach nochmal. Laden wir nochmal. Hallo. Weiter runter. Dankeschön. Fick dich. Fick dich einfach. Ernsthaft. Da. Das ist doch nicht wahr. Da oben ist die Tür. Und da komme ich jetzt hin. Das ist. No matter what. Wenn er sich ja mal. Äh. Sie sich ja mal. Dabei bewegen würde. Wenn. Ja. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Wenn sie sich ja mal weiter hochziehen würde. Wenn ich das drücke. Hallo. Ja. Dann mal in den Deadlock rein. Genau. Und ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Wenn sie es ja nicht macht. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Okay. Das hat gefunst. Und davon gehen wir jetzt weiter. Ach. Weiße. Ernsthaft. Hoch da. Dankeschön. Da. Oh. I'm so retarded. I'm so retarded. I'm just too dumb. For this game. Ja, und jetzt kommen die Fische Jetzt kommen die Fische Ja, das hat gar keinen Sinn Ne, da muss ich viel früher Abfeuern Ja, ist okay Ist ehrlich okay Ich stehe da voll drauf Ich stehe voll auf so Spiele Die einem so richtig das Gefühl geben, dass man wertlos ist Weil man sie nicht spielen kann Man kann sie nicht spielen Und jetzt kommt halt immer noch so ein Faktor dabei Der halt eben besagt Du bist zu dumm dafür Und die Safe States Wie soll man das denn durchspielen? Wie viele japanische Kinder haben sich denn da bitte umgebracht? Nur bei dem Versuch Das Spiel durchzuspielen hier Ohne die Safe States wäre ich ja schon lange weg Der hätte schon 23 Millionen mal neu anfangen können Was ein Mist Ernsthaft Da kommen doch unten Dinger raus Ich habe nicht abgespeichert Ich speichere lieber hier unten So, und da kommen die Dinger Da muss man dann nachlatschen Auch nicht so schön Okay, wo komme ich hier hin? Äh In Richtung Tod Was ist das denn? Kämpft da an der Decke rum Oh ja, oh ja Ah ja, okay Na gut, jetzt sind sie ja weg Okay, dann geht's jetzt mal da hoch Oh fuck, komm wieder So sehe ich aus Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott Wie fail Und du stirbst Ähm, und dann machen wir das so Und wie soll das bitte gehen? Ähm Okay, ich habe voll den Plan Nein Das hat nicht geklappt Stirb Ah, wieso denn eigentlich? Ach ja Ist okay Fishing Rod is going to be more awesome than, äh Shibuya Ja Ach man Immer das gleiche Immer Fick dich Eben die Idee war ja gar nicht mal so falsch Ah, zieh doch hoch, du Sau Aha Wieso nicht? Wieso nicht? Wieso nicht? Ich habe keine Zeit für sowas Jetzt entspannt sie sich wieder nicht Sie entspannt sich nicht Es hat Es hat So, jetzt zieh Zieh hoch Gott Das ist so ein Fail Das ist so ein Fail Game Ernsthaft Oh Wie bin ich da jetzt durchgekommen? Ich verstehe es nicht mehr Und wo muss ich hin? Viel 22 Ist das ihr Heimweg? Oder Da ist eine Tür Ich komme da nicht durch Scheiße Jetzt muss ich hier gucken Wo ich hier Was bist du denn? Ah ja Alles klar Und nun? Ja Hopp, hopp Dankeschön Okay Er gibt mir schon wieder Ape Shit dann Oh, Lego Darauf kann man doch gar nicht laufen Kann man auf Lego laufen? Nein Das geht auch gar nicht Toll Toll, 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 toll Jetzt muss ich das Ding hier runterziehen Und fix sein Ah, lauf Nein Nein Naja, okay Äh Irgendwo Werde ich schon Ja, das hat ja gar keinen Sinn Äh Wie soll das denn funktionieren? Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Äh Wie soll ich denn da hochkommen? Na okay Ich muss halt irgendwie Äh Ne Das hat schon wieder zu lange gedauert Ich darf nicht so lange warten Das war schon mal der richtige Gedanke Auf jeden Fall Ach Ja Ist gut Ernsthaft Ich weiß ja wie So Abspeichern Oh Ja Ist okay Seht ihr? Das meine ich Hätte ich kein Safe-Set gehabt? Halt Äh Was geht denn hier oben so? Ah Da komme ich nirgends dran Alles klar Nein Okay Nein 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 So Das kommt nicht weit genug Dann Ah Wieso denn? Nein Ich hab abgespeichert Oh Gott Zum Glück bin ich nie ganz runtergefallen Oh Mann ey Das Spiel ey Das geht mir echt grad Sowas von auf den Piss Das gibt's überhaupt nicht Was seid Was seid Was seid Ihr denn für viele? Geht's noch Geht's noch Geht's noch Verschwindet Ja ist gut Ist gut Ist gut Nein Weg hier Ich Kotz gleich Ne ganz große Pfütze Hier irgendwo hin Und mir geht langsam Die Zeit aus Ich komm da nicht hoch Ihr seid zu viele Und ich komm da nicht dran Ich komm nicht dran Oh Ich bin hier grad schon wieder Extrem am upragen Fick dich Fick dich Fisch Ganz ehrlich Was passiert denn Wenn die Zeit abläuft Kann ich eh grad nicht rausfinden Ernsthaft Sonst noch irgendwas Kommt jetzt gleich Ein Tentakelmonster Und vergewaltigt mich Möchte wissen Was passiert Wenn die Zeit abläuft Entweder sterbe ich Dann einfach Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Habe ich gesagt Ja 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 Und noch einer Yo Yo So muss das sein Ich komm da nicht hoch Es geht einfach nicht Es ist einfach Postapokalyptisch Nicht möglich Und dann Bauen sich ihn da oben weg Und jetzt Abspeichern Oh mein Gott Okay Und jetzt muss ich hier mit Halt runter Und hier hoch Und durch da Oh Dankeschön Endlich Ich weiß gar nicht Was ich hier tue Ich weiß gar nicht Wo das Ende ist Möchte zu viel Hundert Okay Das ist gar keine So dumme Idee Eigentlich Äh Idiot Why do I even try Because I can't go Any further Here So I have to go Further Here Okay Extreme Concentration Jetzt Ach Da drauf kann ich Da drauf kann ich Landen Da drauf kann ich Landen Save that shit Wisst ihr was Ich mach hier ne Spielpause Es hat keinen Sinn Ich hab grad Extrem hohen Blutdruck Und äh Wer weiß Oh ich kann vorspulen Yippie Wow 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 Äh ja Was auch immer Ich mach demnächst weiter Bye bye Hoffentlich hattet ihr Spaß An meiner Feilerei Ich bin raus